Doch wie packen wir eine Pandemie eigentlich an? Der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten, John F. Kennedy, sagte einmal, wenn das Problem menschengemacht ist, dann kann es auch vom Menschen gelöst werden. Internationale Organisationen veröffentlichten bereits einige Vorschläge zur Verhinderung weiterer Pandemien. Diese Vorschläge umfassen unter anderem internationale Abkommen mit klaren Vorgaben zu landesweiten Präventionsprogrammen von Pandemie. Wie zum Beispiel der Ausbau von Frühwarnsystemen, wenn es zu einem Ausbruch von Krankheiten kommt. Diese sind insbesondere in Hotspot-Regionen wichtig, weil es die Möglichkeit bietet, eine Pandemie frühzeitig eindämmen zu können. Die wichtigsten Änderungsmöglichkeiten bestehen allerdings darin, unsere Ernährungssysteme zu verändern. Dazu gehören die Regulierung der Wilderei und des Handels, eine Veränderung der Landnutzung, weniger aber gleichzeitig bessere Tierhaltung und Verbesserung in der Lebensmittelkette. Aber wie kann dies gelingen? Jagd und verkauft der Mensch weiterhin wilde Tiere, bedeutet das, dass wir uns mit Viren anstecken und sie verbreiten können. Eine Regulierung des Fangs und Handels mit wilden Tieren ist daher wichtig. Sie senkt das Pandemie-Risiko und schützt gleichzeitig die in der Wildnis lebenden Tiere, die eben auch als Überträger von Krankheiten gelten. Dafür bedarf es für den illegalen Handel mit wilden Arten einer verstärkten Strafverfolgung. Gleichzeitig sind aber auch bessere Kontrollen für den legalen Handel mit wilden Tieren nötig. Aufklärungskampagnen, vor allem an Orten, an denen Hotspots für Seuchen entstehen können, essentiell. Jährlich werden ca. 30 Mio. Hektar Wald zerstört. Es ist wichtig, die Zerstörung von Lebensräumen und Ökosystemen zu stoppen. Damit können wir auch die überlebenswichtige Artenvielfalt schützen. Das Roden der Wälder unter anderem für Weideflächen und Futtermittel muss aufhören. Stattdessen sollten wir die bestehenden Flächen für die Landwirtschaft nutzen und die auf 50% der Erde noch bestehenden Ökosysteme vor Eingriffen strikt schützen. So können wir die Ökosysteme und uns vor neuen Pandemien bewahren. Wie können wir mit den bisherigen Flächen auskommen? Dazu brauchen wir deutlich weniger Tierhaltung. Dann können wir auf diesen Flächen auch umweltfreundlich qualitativ hochwertige Lebensmittel anbauen. Das ist einmal für uns gesünder und nachhaltiger für den Planeten. Und wie schaffen wir das? Zum einen ist es wichtig, deutlich weniger Fleisch und andere tierische Produkte zu kaufen und dafür mehr Hülsenfrüchte wie Linsen, Kichererbsen und Nüsse. Gerade in den Industrieländern wie bei uns ist das für die Gesundheit sehr vorteilhaft. Für eine Änderung der Produktion könnten wir zum Beispiel Landwirten Umstiegshilfen geben, damit sie mehr pflanzliche Proteine anbauen können. Und wir könnten zum Beispiel Innovationen pflanzlicher Produkte fördern. Aber wir können noch mehr tun. Verkleinert sich die Anzahl unserer Nutztiere in den Tierhaltungen, können wir sie auch besser halten. Denn beim Prinzip Masse ist Profit, bleiben viele Qualitäten auf der Strecke und die Tiere müssen leiden. Es gäbe mehr Raum, in dem sich das Vieh bewegen kann, die genetische Selektion wäre vielfältiger und die Tiere würden gesünder leben. Damit könnten Viren nicht so leicht von Wirt zu Wirt springen und sich nicht so leicht verbreiten. Und verbessert sich die Tierhaltung, verringert sich gleichzeitig der Bedarf an Antibiotika. Eine starke Regulation zur Verbesserung der Tierhaltung, vor allem durch höhere Auflagen, ist daher hilfreich und nötig. In vielen Sektoren wie dem Baugewerbe, dem Verkehr und dem Energiesektor müssen starke Veränderungen zum Schutz des Klimas eintreten. Aber auch der Ernährungs- und Landwirtschaftssektor hat einen hohen Anteil am Klimawandel, wird aber leider in den Möglichkeiten für den Klimaschutz unterschätzt. Insbesondere eine geringere Tierhaltung verringert den Ausstoß von THG-Emissionen und der dadurch frei werdende Platz kann auch für das Aufforsten genutzt werden. Das verbessert unsere Treibhausgasbilanz enorm. Unsere Lebensmittelketten sind ein Treiber für Pandemien. Der Weg, den unsere Nahrungsmittel vom Acker bis auf unseren Teller zurücklegen, steigt durch die Globalisierung an. Im Durchschnitt ist der Weg für die Produkte, die wir im Allgemeinen konsumieren, immer länger geworden. Für Viren eine tolle Sache, können sie doch gleich um die ganze Welt reisen. Verkürzt sich unsere Lebensmittelkette für die Produkte, die wir konsumieren, wird nicht bloß das Pandemierisiko geringer. Nein, auch die regionalen Märkte bekommen dadurch mehr Bedeutung. Eine Stärkung der regionalen Ernährungssicherheit schaffen wir unter anderem mit der Förderung von regionaler Verarbeitung und regionalem Handel. Zum Beispiel, indem wir auf eingeflogene Lebensmittel verzichten und mehr regionale Lebensmittel kaufen. Wir haben einen großen Einfluss auf unser Ernährungssystem. Das Wichtigste ist, weniger Fleisch und weniger tierische Produkte zu essen und dafür mehr pflanzliche Lebensmittel wie Nüsse, Linsen, Bohnen. Die biozertifizierten Lebensmittel unterstützen eine nachhaltigere Landnutzung und Tierhaltung. Bio kann auch preiswert sein, wenn wir regionaler und saisonaler einkaufen. Mehr regionale und saisonale Lebensmittel können wir uns gleich heute beim Markt um die Ecke besorgen. Nicht zuletzt können wir wertvolle Ressourcen sparen und Lebensmittelabfälle vermeiden, und zwar jetzt und in Zukunft. Unsere Ernährungsweisen haben einen großen Einfluss auf unsere Umwelt, aber auch auf unsere Gesundheit. Pflegen wir eine einseitige Ernährung, fallen uns Viren und andere Erkrankungen ins Haus. kann uns eine gesunde